Die Linke ist eine internationalistische Partei. Der Internationalismus ist für uns Teil unserer DNA. Ich bin europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Ich bin sozialisiert eigentlich in der Friedens- und Ökologiebewegung Anfang der 80er Jahre. Damals gab es die großen Demonstrationen gegen die Stationierung der Pershing-Raketen. Die Europäische Union ist gegenwärtig eine der wichtigsten Bastionen neoliberaler Politik. Die Art und Weise, wie die EU im Augenblick funktioniert und konstruiert wird, ist überhaupt nicht gut. Die soziale Spaltung nimmt europaweit zu. Als europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion sage ich ganz klar, diese Europäische Union muss radikal verändert werden.